Dir gefallen meine Videos? Dann unterstütze mich doch via Paypal mit einem Euro im Monat über patreon.com slash masterjam. Viel Spaß! Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Irgendwie ironisch, dass wenn man was im Auge hat, das gar nicht sehen kann. In stillen Gedenken an die 45.000 Fässer Bier, die ich in meinem Leben nicht mehr trinken kann. Slip-Einlagen verkehrt rum in den Slip reinlegen, ist wie Brazilian Vaxing für Anfängerinnen. Herzrasen, wenn Schafe verliebt auf ihr Futter starren. Bier aus Abwasser? Was kommt als nächstes? Fleisch aus Pflanzen? Mein chinesischer Freund sagt immer, kannst du noch haben, keine sieben Leben. Wie? Das ist schon wieder so rassistisch, weil kein Chinesis ist. Was? Ich male Bäume immer, indem ich einen Samen male und dann warte. Muss noch herausfinden, was Prokrastination ist. Mache ich aber später. Sommer 2019. Er hat in drei Tagen alles abgebrannt und hat sich dann genüsslich verpisst. Einen Freund zu haben ist toll. Man kann mit ihm über jede Person lästern, doch keiner wird es jemals erfahren, weil er gar nicht zuhört. Seit drei Stunden stehe ich schon unter der Dusche. Aber mein DAL-Paket will einfach nicht kommen. Ich bin nicht dick, sondern sturmsicher gebaut. Ich bin meinen Herzen gefolgt. Es hat mich zum Kühlschrank geführt. Die männliche Form von Uterus ist übrigens Uverus. Und jetzt schickt mich bitte wieder heim. Flying Uverus. Da hat man ein einziges Mal Spaß in der Firma und bekommt direkt den Spitznamen Brandstifter. Umerzügensversuch heißt das ja eigentlich. Aber Ehe ist halt kürzer. Wenn man eine Zwiebel schneidet, dann entsteht Tränengas. Immer wenn ich gelernt habe, wickle ich mir den Kopf danach mit Isolierband ein, damit ich es nicht wieder vergesse. Auf der Masterjam Facebook-Seite top Fan zu sein, ist genauso exklusiv, als hätte man ein VIP-Mädchen für das Arbeitsamt. Ich will ja nicht sagen, dass es heiß draußen ist, aber unser Huhn hat eben ein Spiegeleil gelegt. Der Urknall. Inhaltlich top, akustisch, flop. Ich sitze hier am runden Tisch und saufe, bis er eckig ist. Muss Ursula von der Leyen jetzt noch irgendeine Ausbildung machen? Oder muss sie nur so zu saufen lernen wie der Juncker? Wenn Gott wirklich alles erschaffen hat, dann war er wirklich ein verdammt guter Mathematiker und Physiker. Wer Viktor heißt, der hat sich quasi das Wort Russia auf die Stirn tätowiert. Sonnencreme oder wie ich es nenne, Wärmeleitpaste. Wenn ich Witze lese, versuche ich immer schon vorher die Pointe zu erraten. Zu diesem hier ist mir aber leider keiner eingefallen. Türsteher zum Schlagersänger, du kommst hier nicht. Reim.